Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Tomb Raider 4, The Last Revolution. Okay, jetzt habe ich gar nicht mehr gewusst. Was soll ich jetzt tun nochmal? Äh, was ich allerdings zuerst tun sollte, wäre die Munition holen. Und danach... Speichern! Was mache ich da? In die falsche Richtung scrollen. Da hinten soll ich hier, oder? Andere Waffe. Was zur Hölle? Was war das denn? Ich war aber auch genial, was liegen zu lassen. Das fällt mir jetzt ein. Das, was hier oben liegt. Dieses Mini-Pick hatte total ein Grafik-Block. Was? Was? Was war das? Ist das euer Ernst, Kordesein? Eine Mauer in der Wand, die unsichtbar ist? Woher sollte ich das wissen, dass da ein... Geschütz ist. Oh, fuck. Da, und ich mich juke zum Auge. Da. Bedammtes Insektenvieh. Jetzt bist du tot. Gut. Da saß gerade an einer meiner Mäuse. Da sagt der Maus an dem Rechner. Der auch vor mir ist. Und bei mir steht hier ein Rechner und ein Laptop. Meldung, ich lass dich mal ignoriert. Tu da unten, in der Leiste. Jetzt kommt irgendwie alles dazwischen. Meldung, ich lass dich mal. Meldung, ich lass die Meusen. Midi-Pack Und es backt rum So, Schrotflinte Das war nicht die Schrotflinte, aber okay Was ist das? Das hier anscheinend war eine Kiste Das war nicht die Schrotflinte Okay Das Teil ist jetzt kaputt Und ich muss dann nochmal durch Ich verliere zu schnell Leben für meinen Geschmack Schrotflinte Der wollte wohl Tacheles reden Ich speichere wieder Speichern ist Die Muttersporzellankiste Und es hat nämlich eins geleert Speichern muss man immer dann Wenn man was Gutes geschafft hat Das könnte ja demnächst wieder Was? The heck Wo war das Geschütz? Wo ist es? Da hinten! Leben! Das ist der erste Code Ow! Wo? 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 Wie kriege ich dich kaputt? Ich speichere vorher ab. Hm. Warum hat er mich jetzt nicht attackiert? Gibt es dafür verschiedene Voraussetzungen? Gibt es die Voraussetzungen? Gibt es die Voraussetzungen? Das hast du verdient, dass du meine Framerate runter wirfst. Wie wird diese... Wie sollte man damit sparsam sein? Pistolen. Großes Medipack. Yay! 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 Ich habe mich freigebackt. Was sollen wir hier? Warum? Ah! Brechstange! Und was ist das? Ah! Dazu war es da, also. Was? Das war eine Schlucht! Okay! Äh... Dann... Cutte ich hier und bis zum nächsten Part! ... ... ... ... ... ... ...